Herzlich willkommen zu Senkrechtdata, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um den finalen Countdown von Matthias Maurer. Viel Spaß! Es ist soweit, Matthias Maurer. Astro Matthias bricht zu seinem ersten ISS-Flug auf. Der erste Deutsche reiht den SpaceX Crew Dragon auf der Spitze einer Falcon 9. Wir kennen die aktuell geplante Startzeit, aber was passiert eigentlich bis dahin? Und wann sollte man spätestens den Livestream offen haben? Das Video heute richtet sich an die Hashtag TeamSpace Neulinge. Ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Start die Begeisterung aus der deutschen Raumfahrt-Community etwas mehr in die Breite tragen können. Deshalb schauen wir uns heute die letzten 5 Stunden vor dem Start von Matthias an. Wann wird er den coolen Raumanzug anziehen? Wann wird er die Rakete betreten? Ist die Rakete dann eigentlich schon betankt? Ja, das alles und noch viel mehr klären wir heute. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du mehr an das Thema einsteigen möchtest. Heute sind das mehr Videoschnipsel aus vorherigen Livestreams von SpaceX, wo ich dann die Zeiten herhabe. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Und samstags immer die Weltraum-News. Egal was dein Newsfeed dir sagt, die Zukunft wird unglaublich. Lass dich begeistern von einer Zukunft, in der die Menschheit zu den Sternen aufbricht. Aber kommen wir zu dem heutigen Thema. Das Video ist ein Remake eines hervorragenden Everyday Astronaut-Videos. Wenn du Tim.Dott noch nicht kennst, unbedingt abonnieren. Es gibt wenig Menschen, die so sehr für das Hashtag Team Space stehen wie Tim von Everyday Astronaut. Mach unbedingt weiter mit deiner grandiosen Arbeit, Tim. Die Vorbereitungen für so einen Start beginnen natürlich viel früher. Wir steigen aber erst 5 Stunden vor dem Start ein, wenn die Falcon 9-Rakete und das Crew Dragon-Raumschiff von SpaceX schon unruhig mit den Hufen scharren. Wir befinden uns an der Ostküste von Florida. Die Falcon 9-Rakete samt Crew Dragon-Raumschiff stehen auf der Startrampe 39A im Kennedy Space Center. Von genau dieser Startrampe ist schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen. Und der erste Space Shuttle-Flug ist von hier aus gestartet. Wir fangen mit unserem Counter und wie gesagt etwa 5 Stunden vor dem Start an. Damit das Raumschiff in die richtige Richtung fliegt, wird 5 Stunden vor dem Start die Steuerung ausgerichtet. Mit Trägheitsmessgeräten, sogenannten IMUs, wird das Raumschiff von jetzt an seine Ausrichtung im Raum exakt wissen. Wenn dich ein Video zur Steuerung von Raketen mehr interessieren würde, schreib mir gern unter dem Video. Sehr nerdiges, aber auch sehr geiles Thema. T-4 Stunden und 30 Minuten vor dem Start. Die hypergolischen Treibstoffe der Crew Dragon-Kapsel werden unter Druck gesetzt. Diese Treibstoffe sind für die Reaktionskontrolltriebwerke, die sogenannten Draco-Triebwerke des Raumschiffs, während eines Flugs im Weltall. Aber auch die Super Draco-Startabbruchmotoren werden mit diesen Treibstoffen betrieben. Wenn du noch nicht weißt, was hypergole Treibstoffe sind, findest du hier ein Video dazu. Fun fact, noch in der Entwicklung des Crew Dragon führte ein Defekt in diesem Startabbruchsystem zum Verlust einer Crew Dragon-Kapsel. T-4 Stunden und 15 Minuten vor dem Start. Die Crew wartet das Wetterbriefing ab, bevor sie sich anzieht. Klar, den Stress mit dem Anziehen kann man sich auch sparen, wenn ein Start wegen schlechten Wetters sowieso nicht stattfindet. T-4 Stunden und 5 Minuten vor dem Start. Die Crew wird offiziell von der NASA an SpaceX übergeben. Denn das ist ja keine von der NASA durchgeführte Mission, sondern es ist die Transportdienstleistung bei SpaceX eingekauft worden. Ich kann gar nicht genau sagen, ob die ESA dann für Matthias auch bei SpaceX gebucht hat oder das über die NASA lief, die ja die Flugkapazitäten bei SpaceX eingekauft hat. Die Übergabe hat vermutlich versicherungstechnische Gründe, von wegen Knöchelnverstauchen auf dem Weg zur Arbeit oder so. Braucht man eigentlich eine Auslandskrankenversicherung, wenn man ins All fliegt? T-4 Stunden vor dem Start. Die Crew zieht sich im Neil Armstrong Operations and Checkout Gebäude des Kennedy Space Centers an. Das ist tatsächlich das gleiche Gebäude, in dem auch schon Neil Armstrong für den Mondflug vorbereitet wurde. Und einige der Armaturen sind offensichtlich sogar noch aus dieser Zeit. Ja, für mich ein unvergessliches Bild. Der offensichtlich noch sehr müde Neil Armstrong im Apollo-Anzug. Das wird Matthias Maurer wohl nicht drohen. Sein Start ist ja für 2.21 Uhr morgens Ortszeit angesetzt. So werden seine Startvorbereitungen am späten Abend in Florida beginnen. Die Inspiration4-Mission wurde übrigens komplett in SpaceX-Gebäuden betreut und nicht in den NASA-Gebäuden. Etwa 3 Stunden und 15 Minuten vor dem Start. Die Besatzung verlässt das Gebäude und steigt in die Tesla Model X. Ja, ich weiß, ziemliche Schleichwerbung. Das muss man sich mal vorstellen. So, die normalen Autohersteller bezahlen mehrere Millionen, um bei einem Football-Spiel zum Beispiel in der Werbepause einen Spot schalten zu können. Ja, und Tesla gibt offiziell keinen Cent für Werbung aus. Und warum auch, wenn man kostenloses Product Placement bei Raketenstarts bekommt? Nicht nur das, wir erinnern uns ja noch alle an den Tesla Roadster von Elon Musk, den die Falcon Heavy ins All geschossen hat. Bei seinem Flug um die Sonne wird er wohl auf absehbare Zeit das schnellste Auto aller Zeiten bleiben. Das Areal am KFC Kennedy Space Center ist riesig. Und da ist auch klar, warum die Autos brauchen. Die Strecke vom Neil Armstrong Gebäude bis zur Startrampe ist fast 14 Kilometer lang. Etwa drei Stunden vor dem Start kommt Matthias mit seinen Kollegen auf der Startrampe 39a an. Unglaublich. Wie gesagt, das ist die Startrampe, von der schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen ist. Puh, wird da super gern mal stehen. Historischer Ort. Bekomme ich wirklich Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Die Rakete hinter mir, die Saturn V, wird vermutlich immer meine Lieblingsrakete bleiben. Wegen der bin ich Raumfahrt-Fan. Aber ihr seht auch eine andere Rakete hinter mir. Hier die Falcon 9 von SpaceX. Die hat mir Simon aus der Community geschenkt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. So wie sie hinter mir steht, mit Nutzlastverkleidung, nicht mit einer Crew Dragon drauf, ist sie fast 70 Meter hoch. Mit der schnuckligen Crew Dragon sind es immer noch etwa 63 Meter. Auch eine Lieblingsrakete von mir und ja, am Fuß dieser Rakete wird Matthias Maurer stehen. Bestimmt werden wir sehen, wie sich die Crew nach hinten lehnt, um zur Spitze der Rakete schauen zu können. Job, jetzt geht's. Das Ding wird euch mit dem Schub von 7,6 Mega Newton in den Himmel schießen. Das entspricht der Gewichtskraft von 770 Tonnen. Etwa 2 Stunden 50 Minuten vor dem Start fährt die Crew mit einem Aufzug nach oben, wobei sie das letzte Stück einer Treppe gehen muss. Hier wird jedes Crewmitglied noch einen kurzen Telefonanruf mit einer Person der Wahl führen. Sollte bei den Startvorbereitungen übrigens etwas Schlimmes passieren, gibt es auf dieser Ebene Seilbahnkörbe, mit denen Personal und Crew sehr schnell vom Startturm wegkommen kann. Zu Apollo-Zeiten gab es übrigens eine Rutsche in einen Bunker im Keller von diesem Startturm. Der sogenannte Rubber Room. Ja, okay, komischer Name, das klingt jetzt wie der Darkroom in einem Berliner Szene-Club, aber lassen wir das. Da könnte ich eigentlich mit Tony von Mondgeflüster mal eine Folge drüber machen. Der ist ja unser Apollo-Spezialist. Hashtag Team Space. Zurück zu Matthias Maurer. Etwa 2 Stunden 45 Minuten vor dem Start wird die Crew sich in dem sogenannten White Room mit einer Unterschrift verewigen. Dieser White Room ist direkt an der Crew-Dragon-Kapsel und wird später mit dem Crew-Einstiegsarm von der Rakete weggeschwenkt. T-2 Stunden 40 Minuten vor dem Start. Der Kommandant Raja Kari und der Pilot Thomas Meshburn werden mithilfe der Bodencrew das Dragon-Raumschiff als erste betreten. Etwa 10 Minuten später sollten dann Matthias Maurer und Kayla Barron folgen. T-2 Stunden und 30 Minuten vor dem Start. Erste Kommunikationschecks zwischen der Crew in der Kapsel und dem Bodenteam oder beziehungsweise dem Team, das den Start durchführt. Bekannter Ausspruch von Apollo 1. Wie sollen wir zum Mond fliegen, wenn wir noch nicht mal über ein paar Meilen kommunizieren können? Ja, oder so ähnlich. Heute vermutlich kein Problem mehr. Auch werden Leckage-Checks an den Anzügen durchgeführt. Die Anzüge sind ein sehr gutes Stichwort. Wenn du zeigen magst, dass du ein echter Senkrechtstarter bist, dann schau unbedingt mal im Senkrechtstarter-Merchandise-Shop vorbei. Da gibt es das richtige Outfit für die Zukunft der Raumfahrt. Aber zurück zu Crew 3. Etwa T-2 Stunden 20 Minuten vor dem Start. Die Sitze drehen sich nach oben, sodass die Astronauten mehr auf dem Rücken liegen und näher an den Bildschirmen und Bedienelementen vor sich sind. Aber nicht nur die Bedienung der Displays ist so einfacher. Man hätte die Bildschirme ja auch anders anordnen können. Glaub mir, bei Start und Landung magst du die Beschleunigung lieber in dieser Position erfahren. Fast die komplette Steuerung erfolgt übrigens über große SpaceX-Touch-Displays, wobei die Steuerung nur im absoluten Notfall durch die Crew erfolgt. Rakete und Raumschiff fliegen komplett automatisch. Der Drehhebel, den ihr hier seht, der ist übrigens für einen Notabbruch. Zwar erkennt das Dragon-Raumschiff automatisch, ob etwas mit der Falcon 9-Rakete nicht stimmt und würde dann die Dragon mit einem Rettungssystem von der Rakete wegschießen. Das System kann aber auch vom Kommandanten manuell ausgelöst werden. T-minus zwei Stunden vor dem Start. Die Luke wird geschlossen. Nach dem Schließen der Luke werden Dichtigkeitsmessungen von der Bodencrew durchgeführt. Sollte alles passen, verlässt die Bodencrew die Rampe. Leider nicht über die Seilbahn. Ja, man gönnt den SpaceX Ninjas auch gar keinen Spaß. Der Prozess hat bei den letzten Flügen etwa eine halbe Stunde gedauert. Etwa eine Stunde vor dem Flug wird der genaue Zustand und Standort der internationalen Raumstation mit dem nötigen Kurs in die Dragon-Kapsel übertragen. Büschen so, als würdest du dein Navi für einen senkrechtstarter-Community-Treffen einstellen. Hm, ja, großartige Idee. Machen wir definitiv. T-minus 45 Minuten vor dem Start. Jetzt gilt's. Go oder No-Go fürs Betanken. Entweder es sieht gut aus und es wird mit dem Betanken begonnen oder der Start wird verschoben werden. Denn die ISS ist nur in einem sehr kurzen Startfenster zu erreichen. Im Prinzip muss die Raumstation beinahe beim Start über der Rakete stehen. Und wenn absehbar ist, dass das Wetter nicht gut ist oder jemand die Sicherheitszone verlässt hat, ja, dann war's das mit dem Start für den Tag zumindest. Aber keine Angst, normalerweise ist das nächste Startfenster dann etwa 24 Stunden später. Trotzdem kann die Rakete nicht betankt bleiben. Warum ist das so? Dass sowohl der Sauerstoff als auch das RP-1, also das ist ein verfeinertes Kerosin, gekühlt in die Rakete gefüllt werden, heißt es entweder starten oder abpumpen. Fun Fact, SpaceX füllt den flüssigen Sauerstoff sogar noch deutlich kälter ein, als die Temperaturen, die nötig wären, damit der Sauerstoff bei Umgebungsdruck flüssig wird. Aber dazu gleich mehr, wenn es ums Betanken geht. Da es aufwendig ist, die Rakete wieder zu enttanken, überlegt man sich das also sehr gut, bevor man anfängt zu tanken. Für mich wäre das jetzt auch der Punkt, wo ich in den Streams schalten würde. Wenn nicht du wär zumindest. Und es ist früh, also es ist auch ein guter Zeitpunkt vielleicht, wo du gucken kannst, lohnt sich das Aufstehen oder nicht. Wenn betankt wird, wird sehr wahrscheinlich gestartet. T-43 Minuten vor dem Start, der Crew-Axis-Arm wird eingefahren. Spätestens jetzt würde bei mir die Aufregung steigen. T-37 Minuten vor dem Start, das Dragon-Launch-Escape-System wird aktiviert. Sollte ab jetzt irgendetwas schief gehen, würden die Hypergolen-Super-Draco-Triebwerke, die Crew-Dragon-Kapsel samt Kofferraum von der Startrampe aufs offene Meer hinausschießen. Dort würden sich dann die Fallschirme öffnen und die Crew würde sicher im Wasser landen und dort dann von der Bodencrew geborgen werden. Dieses Rettungssystem funktioniert aber auch während des Flures. Das hat SpaceX auch schon mal eindrucksvoll getestet und dafür einen seiner Booster geopfert. Wenn du mehr über Startabbruchsysteme erfahren magst, zu dem Thema habe ich mal mit Tony ein ganzes Video gemacht. T-35 Minuten vor dem Start. Wenn das Startabbruchsystem aktiviert ist, kann mit dem Tanken begonnen werden. Der Raketentreibstoff RP-1, verfeinertes Kerosin, und der cryogene Flüssigsauerstoff werden in die erste Stufe der Rakete geladen. Und jetzt zu einer Besonderheit bei der Falcon 9. Hier wird nämlich sowohl Sauerstoff als auch das Kerosin, oder besser RP-1, abgekühlt. Das macht SpaceX umso mehr Treibstoff in die Rakete zu bekommen. Denn durch dieses Unterkühlen ändert sich die Dichte und so brauchen die Treibstoffe weniger Platz in der Rakete. Und mit dem Mehr an Treibstoff kann die Rakete dann länger feuern, was ihre Leistung verbessert. Ja, und das Ganze hat man erreicht, ohne groß das Design der Rakete zu ändern. Die Tankgrößen hat man nicht verändert, sondern so gelassen. Nur mehr Treibstoffmasse eingefüllt. Ziemlich clever, oder? Fun fact haben die Sowjets schon viel früher gemacht. Machen die Russen bei der Soyuz-Rakete aber nicht mehr. Übrigens zu Apollo-Zeiten und auch beim Space Shuttle wurde die Rakete immer schon betankt, bevor die Crew zur Rampe gekommen ist. Das war wohl auch einiges an Diskussion, bis die NASA das Vorgehen von SpaceX akzeptiert hat. Parallel zur ersten Stufe der Falcon 9, dem Booster, wird die zweite Stufe mit RP-1 beladen. Erst bei T-16 Minuten vor dem Start wird die zweite Stufe mit flüssigem Sauerstoff gefüllt. Ich würde jetzt vermuten, dass die darunterliegende Struktur das Zusatzgewicht durch den Sauerstoff besser tragen kann, wenn die Tanks schon gefüllt sind. Oder es hat was mit dem Abdampfen zu tun, dass man das so spät wie möglich machen möchte. Wenn du das weißt, schreib mir und den anderen doch gerne unter dem Video. Ja und wenn du nochmal schnell im Livestream für Senkrechtstarter musst, dann bitte jetzt. Das letzte Mal als ich bei einem Raketenstart Livestream auf Toilette war, kam ich wieder und die Rakete war weg. Liebe Grüße an Aneas an dieser Stelle. T-10 Minuten vor dem Start sind die jeweiligen Crew-Displays für den Start konfiguriert. T-7 Minuten vor dem Start, ja, abdampfen. Dem flüssigen Sauerstoff muss die Möglichkeit gegeben werden, abzudampfen. Der wird nämlich warm und will schlagartig sein Volumen vergrößern. Wenn er das nicht kann, platzt die Rakete. Zwar ist schon zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Druck auf den Tanks, aber eben in guten Grenzen und nichts strukturbedrohendes. Und das ist auch der Grund, warum die Falcon 9 jetzt beginnt, die Sauerstoffpumpen der neuen Merlin-Triebwerke in der ersten Stufe mit kleinen Mengen an kaltem Sauerstoff zu kühlen. Das ist sehr wichtig, da es sonst sein könnte, dass der Sauerstoff beim Starten der Triebwerke in großen Mengen in den sonst warmen Leitungen bei der Zündung schlagartig sein Volumen vergrößert und Leitungen platzen oder die Pumpen nicht richtig arbeiten, weil dort Gas ist und keine Flüssigkeit gepumpt werden kann. T-3 Minuten vor dem Start. Jetzt schaltet die Crew Dragon auf ihre interne Energieversorgung um. Kurz danach wird der sogenannte Strongback, das Support-Rückrad, von der Falcon 9 ein Stück weit weggefahren. So etwa 2 Grad. Der LOX-Tank in der zweiten Stufe ist jetzt fast voll. T-1 Minute vor dem Start. Der Flugcomputer beginnt mit den letzten Überprüfungen vor dem Start. Ich sage einer, dabei sind das mehrere redundante Flugcomputer, die alle das gleiche tun. Das sind immer drei Computer oder drei Prozessoren, die ein kritisches System bedienen. Und nur, wenn mindestens zwei von drei sich einig sind, wird ein Steuerbefehl gegeben. Aber das ist ein Thema für ein eigenes Video. T-45 Sekunden vor dem Start. SpaceX Launch Director verifiziert Startfreigabe. T-10 Sekunden vor dem Start. Das Deluge System, ein Wassersprinklersystem, wird aktiviert. Mit diesem Sprinklersystem soll ein Vorhang aus Wasser gebildet werden, der die Rakete vor dem Schall der Triebwerke schützt. Die Triebwerkskontrolle befiehlt den Start der Triebwerkszündsequenz. T-0. Jetzt erwartet uns der phänomenale Start einer Falcon 9. Wenn du noch nie einen Raketenstart live gesehen hast, schau unbedingt rein. Nicht nur sind die SpaceX Livestreams das Beste, was es an Raketenberichterstattungen gibt. Auch das Wissen, was für ein komplexes System da gerade startet und dass da auf diesen fast 500 Tonnen Treibstoff Menschen sitzen. Also boah, da kriege ich Gänsehaut. Was bei dem Falcon 9 Start genau passiert und wie die Landung der Booster funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wenn dich die coolen SpaceX Raumanzüge interessieren, habe ich ein Video für dich hier. Und wenn du wissen magst, wie das Merlin Triebwerk funktioniert, das die Falcon 9 von SpaceX antreibt, dann schau unbedingt in mein Video dazu. Da erkläre ich den Triebwerkszyklus. Und wenn du schon an der nächsten Raketengeneration von SpaceX interessiert bist, dann schau mal auf meinem Kanal. Da gibt es eine ganze Starship-Playlist. Ganz großes Dankeschön geht wie immer an euch, die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Vielen, vielen Dank. Wenn du die nächsten Videos nicht verpassen möchtest, abonniere unbedingt meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Folge von Senkrecht Startet. Naja, und samstags immer die News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.